Ich weiß es. Ganz klar. Ich bin gespannt. Er wäre Maskottchen Emma. Welchen bisherigen Mitspieler hast du am meisten zu verdanken, dass du heute da bist, wo du stehst? Grani Csaka, den habe ich sehr viel zu verdanken. Der hat mich immer gepusht und hat mich nie ausruhen lassen. Bei mir war es der Prinz in Frankfurt. Wir haben uns auf Anhieb direkt gut verstanden. Warum, weiß ich auch nicht. Vielleicht, weil wir beide einen Pfeil im Kopf haben. Wahrscheinlich. Auch mal in den Hintern getreten. Grani Csaka sehr oft. Sehr, sehr oft. Wirklich. Ich habe schon verstanden, wie er es meint. Es sah von außen anders aus, aber weil er mich so mochte und so viel Potenzial gesehen hat, dass er mich immer gepusht hat. Und das hat mir gut getan. Damals, als ich bei den Profis war, habe ich sehr viel von Frank Rost oder mir angeschaut, so als Typ. Ich glaube, der Typ als Torwart, den gibt es nicht mehr ganz so sehr. Die beiden Bänderzwillinge, muss ich sagen, haben mir sehr viel geholfen. Die immer alles gegeben haben, aber auch sehr korrekt waren, nie komplett überdreht sind, sondern auch für junge Spieler immer ein Ohr offen hatten. Wenn du kein Spieler wärst, hier im Verein, welche Position kannst du dir vorstellen, zu bekleiden? Ich weiß es. Ganz klar. Ich bin gespannt. Wer wäre Maskottchen Emma? Ja. Nein, das kann er. Chef-Scout. Chef-Scout. Ich habe so ein Auge, weißt du. Ich würde gerne Kelis Aufgabe annehmen. Warum? Das müssen wir noch sagen. Warum? Die sieht schön aus. Die Aufgabe? Ja. Ja, sie ist aber auch sehr anspruchsvoll. Ja, ich weiß. Ich bin nicht der Präsident, ich bin nicht der Trainer. Aber ich bin sowas trotzdem wichtig und dazwischen und der die Fäden ziehen kann. Also vom Frisur her wärst du Präsident. Das ist die Präsidenten-Frisur? Ist ja gar keine Frisur. Ich wäre Co-Trainer. Auch gut. Co-Trainer? Warum Co nicht Chef? Das ist zu viel. Ich weiß ja, wie das ist. Jeden Tag hast du ja neue Plagen, sozusagen. Spielt der eine mal wieder nicht, dann ist der andere verletzt. Es kommt mir nur Hiobsbotschaften so mehr oder weniger auf dich zu. Das ist ja kein dankbarer Job eigentlich, muss man ja ganz ehrlich so sagen. Als Co-Trainer ist immer so im Schatten. Und trotzdem dabei. Und trotzdem, ja. Kannst trotzdem ein geiler Typ sein. Ich würde auch die Position nehmen wie Mo. Also so im Sportmanagement, Sportdirektor. Einfach, dass du eine gewisse Verantwortung hast, dass du Entscheidungen treffen kannst und musst. Dann, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.